Was guckst du so komisch, Möckern? Äh, ich glaub, mir wird's heute den Kopf verdrehen. Ja, das wird auch so passieren, denn heute haben wir einfach richtig krasse Spiralen hier am Start, Leute. Alter, guckt euch das mal an jetzt hier. Also hier hat auf jeden Fall der Map-Bauer richtig ins Zeug gelegt, Leute, denn... ...hier muss probieren, den ganzen Parcours zu absolvieren. Und wer es heute schafft, bis ganz da hinten hier ins Ziel zu kommen, der bekommt heute einfach 1000 Euro. Ey, auf mich zu schlagen, guck mal lieber dein... Oh, dein random Vehicle hier am Start. Mach ich auch. Boah, guck dir mal mein Fahrzeug an, ne? Ich hab dieses richtig schnelle... Oh nein. Ey, ich bin noch... Nee, nee, nein, zählt nicht, zählt nicht. Na gut, dann komm. Los, zeig, was du drauf hast. Äh, ja. Geh weg mit deiner Möhre. Aus dem Weg jetzt hier Level 1, Leute, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Das haben wir überhaupt machen, bevor ich voll Gas gebe. Brems, brems, brems. Nein, 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 sag doch mal. Tja, wir müssen hier diese Spirale runterfahren, ohne zu cheaten, weil hier hätte man auch auf jeden Fall gerade auch schon cheaten können. Oh Gott. Ja, ich seh grad. Kannst man aufpassen, Leute. Guck dir zu. Oh, 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 pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Okay, ist nicht so einfach hier das zu lenken, wenn man halt so die Spirale runtergeht, aber... Oh mein... Ist das nicht dein Ernst, Leon, oder? Ist das nicht dein... Du warst am Ende. Ey, nein. So ein Scheiße, ey. Alter, das sieht auf jeden Fall am krassen random... Nein, raus, aussteigen, aussteigen. Sieht so komisch aus. Okay. Ist das ein Helikopter? Was willst du von mir? Geh mal hier mal weg hier. Geh mal weg. So, ich geh hier mal runter. Geh mal weg. Oh, 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 oh. Ich glaub ja wohl kaum. Was machst du da? Ich fahr den Falkuh runter. Und du? Du darfst ja nicht schummeln, ne? Also... Wollen wir mal eine komplette Folge schummelfrei? Ja, okay. Okay, ich bin durch. So, ich bin auch durch. Zack. Ich werd's nicht schaffen mit meinem Auto, deswegen... Oh Gott. Oh Gott. Oh, das Ding war ein Selbstverstörungsknopf aktiviert. Ehrlich? Ja, ich bin rausgesprungen zum Glück. Okay, ich hab ein Motorrad hier am Start. Mal gucken. Kann ich? Ne, Motorrad Ding, du Ping. Hat leider nicht funktioniert. Und das Fliegen... Ja. ...bringt leider auch nichts. Oder? Ah, ne. Fliegen bringt nichts. Okay, dann... Houston, ich hab noch nichts. Alter! Anderes Fahrzeug nehmen, das seht nicht. Ich hab irgendwie so ein Ei, so ein fliegendes Ei. Ich seh's schon. Aber das ist ja schon mein... Tschüss! Wow! Oh Gott. Okay, also mit diesem Wagen brauch ich das gar nicht probieren. Das wird leider nicht klappen, Leute. So. Mal gucken, was wir hier im Petto haben, Burka. Ist hier irgendwas krasses am Start? Äh. Ich krieg genau dasselbe Ding. Oh mein Gott. Ich krieg genauso ein selbes Ding. Okay. Okay, also... Ich mach das jetzt für uns. Soll ich's machen? Sag ehrlich. Ey! Ey! Ey, das gibt es nicht, Leon. Ey! Jedes vertrollst du mich. Was machst du? Oh Gott. Du kriegst so GTA-Autos, oder? Ich krieg ganz komische Fahrzeuge. Ich krieg wieder ein Motorrad. Egal, dies das schaff ich's. So. Nein, das ist zu langsam. Also ich glaube, pass auf. Ich glaube, ich muss mein Motorrad losfahren und dann... Nein, ohne Cheaten. Leon, ich weiß, was du machen willst. Ich weiß, was du machen willst. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh! Oh! Na! Ah! Ah! Ich hab einen übersprungen. Oh Gott, okay. Das zählt leider nicht, Leute. Oh! Einen krassen BMW habe ich jetzt hier gerade am Start. So richtiges Drift-Auto. Tschüss! Ey, das darf nicht wahr sein. Warte mal, ist das nicht... Es ist der... Es ist der... Es ist der... Es ist der... Tschüss! So unkorrekt. Und dann haut er mich auch noch runter. Ich krieg so eine lahme Göri hier. Also das... Oh, ich hab's knapp geschafft. Alter Schwede, das ist schwer. War richtig schwer. Also. Neun Checkpoint, also freigeschaltet. Leute. Das ist ja unglaublich. Cheaterino. Das ist wirklich unglaublich. So, Level 3. Okay. Okay, dann komme ich jetzt hier mit meinem krassen Pegasus Inferno aus dem Weg hier. Uh! Oh! Ähm. Äh. Kann es sein, dass du zu weit geflogen bist? Ich glaube, wir müssen etwas ganz Spezielles machen. Ich würde doch nicht vorwärts fahren. Ah, dann kann man ausweichen. Ah. Ganz vergessen. Ich habe eine Rolex Lamborghini. Ein was? Eine Rolex Lamborghini. Ey, ich fall... Oder? 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 Äh. Nein. Du musst ihn schon normal machen, ne? Oh mein Gott. Ich hänge auch fest. Alles gut. Kein Problem. Ich hänge auch fest, Leute. Ist das eklig. Oh mein Gott. Du kannst ja mal einen guten Spieler zugucken, wenn du willst. Ähm. Alter. Ja, ja. Kein Problem. Ich bin dabei. Nein. So, wo bist denn du, hä? Oh. Okay. Äh, was war das? Ähm. Äh, nichts. Ja, guck doch mal den guten Spieler zu. Ja. Guck dir das an. Ich mache jetzt ja gerade selber mein Ding. Ich schmeide Reno. Königsegg. Oh mein Gott. Und ganz vorsichtig hier an den Checkpoints vorbeifahren, ne? Ja, ich warte mal auf dich hier bei Level 4, ne? So. Hast du schon geschafft, oder was? Ich warte hier auf dich. Ja, mit ein bisschen Entspannung und Ruhe. Äh, kommt man den Parcours auch runter. Ja, guck mal. Ich schaffe es auch gerade. Alles entspannt, Leute. Alles. What? Oh Gott. Oh Gott. Alles easy. Alles easy. Hier, guck mal. Zack. Und. Hier. Vorbeifahren. Und hier. Du glaubst, wenn ich das im Auto habe, könnte eventuell das sein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Nein. Ist runtergefallen? Real Talk, nein. Nö. Bin ich nicht. Oh. Das ist ja natürlich doof, dass du mit deinem Vater runtergefallen bist. Aber das ist doch gut. Okay. Ich fahre jetzt hier mal richtig coolen Aston Martin. Oh. Nee. Leute, alles gut hier? Oh nein. Das ist wirklich eine Trollschrecke heute. Ähm. Äh. Hä? Nein. Okay, ich hab's gesehen. Ich bin ganz komisch geflogen. Ich bin ganz komisch geflogen. Ich bin ganz komisch geflogen mit meinem Wagen. Schade. Das ist eine Trollrampe, sagst du? Wie kann man denn hier jetzt überleben? Was man... Ah, ich hab ne Idee. Ah. Bro, was für Autos ich krieg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und nun? Oh mein Gott. Ich glaub's. Ich bin ja weitergekommen. Ich bin ja weitergekommen. Alles gut. Oh. Ey, das schafft man gar nicht. Hä? Da sind überall durch Bussdinger. Bremsen. Ah. Ich glaube, man muss... Hast du das ausgefunden, oder was? Ich bremse immer, ja. Ich bremse. Wie du bremst. Ich bremse. Ja, und ich bremse auch. Ich fahr rückwärts. Tschüss. Ich bremse. Oh, was ist denn? Ich bin in die Mitte. Oh Gott. Wie viel? Das ist ein Prank. Das ist ein Prank. Rates, oder? Das ist ein Prank. Guck mal, wie viele Etagen das nach unten geht. Ja, sehr viele. Du schaffst das einmal, aber da musst du es auch nochmal so viel mehr schaffen. So, hier, guck mal. Ein Ding. Da war es doch easy. Komm mal hier, ich schaff's. Einfach rückwärts fahren. Oh Gott. Also, das schafft man gefühlt gar nicht. Ich hab geschummelt. Ich hab geschummelt. Wo bist du? Der Ventilator hat mich drei Etagen runtergehauen. Der Ventilator. Oder wie heißt das? Windmühle. Okay, pass auf. Ich war auch ein bisschen Schummelattacke. Hier, man muss einfach nur... So, rückwärts. Zack. So. Easy. Oh. Wie? Ja. Nein. Oh mein Gott. Ja. Das soll nicht wahr sein. Das ist voll kompliziert, Leute. Ich hab richtig Glück gerade. Komm. Ich komm jetzt hier mit meinem... So, das Auto kann, glaube ich, perfekt rückwärts fahren. Ich bin jetzt am Start. Und ich werde nicht aufgeben, bevor ich nicht hier diese Spirale gefahren bin. Ich geb auf, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich auch. Ich bin komplett runtergefallen. Ich war in der vorletzten. Ich bin nicht mal... Ich hab nicht mal ne... Du warst in der vorletzten. Mhm. Okay. Ja, viel Glück damit. Ey. Hä? So, vorsichtig. Was du nicht checkst ist, hau rein. Wie, das check ich nicht. Ich fahr mal direkt rechts schon runter. Ah, so'n Ding also. Ja, das kann ich ja auch. Ja, das kann ich ja auch. Tschüss. Oh mein Gott. Bitte. 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 Wow. Wow, alter. Okay, ich bin in der vorletzten. Ich bin einfach in der vorletzten Balkan. Mann, ich muss jetzt nur noch irgendwie schaffen. Du schaffst es, ich glaub an dich. Mein Auto brennt. Nein. Okay, also ich hab dich geschafft. Also das ist wirklich... Oh mein Gott. Was? Ich bin in der drittletzten. Alter. Oh mein Gott. Ich hab auf jeden Fall ein krasses Fahrzeug jetzt. Okay, das Fahrzeug ist perfekt. Ich bin in die vorletzte geworfen worden. Ja, ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Ich muss hier nur irgendwie einen Weg perfekt drumherum finden, immer perfekt abzubremsen. Ich bin da, wo du rausgeflogen bist. Ich bin bei deiner Tür. Hier liegt eine Tür. Ey, ist das nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Wo bist du? Warte. Ich schaff's wieder rein. Ich schaff's wieder rein. Ich schaff's wieder rein. Ich schaff's nicht rein. Hast du's geschafft, Linsens? Ich bin am Ende. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Ich werde einmal weggehauen. Oh mein Gott, ich seh's. Jetzt. Ey. Das gibt es nicht. Also das ist wirklich eine der kompliziertsten Strecken. die wir jemals hatten, Leute. So, hier, guck mal jetzt. Alter, was du machst, das ist schlau. Ja, aber es funktioniert nicht. Das ist das Problem. So. Ja. Perfekt, wir können. Ich bin drin. Oh mein Gott. Ich bin vier Etagen direkt unten. Als ob. Ja, du kannst auch am Anfang richtig inskippen. Okay, komm. Da weich das jetzt auch. Ich baue ein neues Fahrzeug, Leute. Das ist hier. Ja, random vehicle. Ein cooles Driftauto. Bisschen Tokio driften. Oha. Oh, ich backe mich runter. Oh mein Gott. Ich bin auch vier oder so geskippt. Oh mein Gott. Ich bin wieder vorletzte. Was? Ich halte mich schon mal. Nein. Ich wurde hochgedingend. Nein. Ich bin im Tunnel. Was? Ich bin im Tunnel. Ich bin unten im Tunnel. Ich bin unten im Regenbogentunnel. Okay, zeig. Ich darf jetzt nicht verlieren. Bitte. Ich seh's. Ich guck dir zu. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du denn? So. Okay. Ich seh's. Ich seh's. Wenn ich eins weiß, ist, dass man nicht in der Mitte fährt. Mhm. Alter, der Bugatti. Wie guck. Oh mein Gott. Ist der Bugatti. Also wirklich. Ist die überhaupt ein Bugatti? Ja, na klar. Und du hast es. Level Nummero fünf. Oh mein Gott. Nee. Das war anstrengend. Das kann leider nicht fliegen hier. Das wäre cool gewesen mit dem Fahrzeug. Das ist auch das größte Bluffauto. Nein, Alter. Oh mein Gott. Ja, meins ist das größte Bluffauto leider. Also hier ist ganz schwierig. Da müssen wir wirklich jetzt Slalom fahren. Oh mein Gott. Was ist das für ein Auto? Alter. Mach's gut. Mach's gut. Nein. Danke für den Tipp, dass ich da auf jeden Fall nicht schnell fahre. Alter, das ist doch unglaublich. Ey, checkst du also fast in jedem Level, dass ich jedes Level fast gemacht habe? Ja. Ich hab's verstanden. Also eigentlich könntest du dich auch bei mir diesmal bedanken, dass ich dich so weit die Carried hab, Leon. Ist das so? Okay, also ich... Alter, das ist doch voll einfach. Ist es auch. Du musst aber nur in der Innenseite fahren. Hä? Das ist doch voll einfach. Ja, du bist einfach nur mit Vollspeed rein. Bist du noch am Start? Ja, ich bin immer noch hier. Ja, dann bist du ja unter mir. Ja. Sicher? Es ist das Ziel. Es ist das Ziel. Es ist das Ziel. Nein, nein, nein. Nein. What? Alter. Ja gut. Dann hast du auf jeden Fall heute gewonnen, Mökan. Was geht ab, Mökan? Yo. Was geht ab? Alter, heute werden wir ausprobieren, welches von den GTA-Fahrzeugen den stärksten Boost hat. Ich sag's dir. Das wird heute auf jeden Fall richtig crazy werden. Ich fang schon mal an hier mit, ich würde mal sagen, so einem normalen Auto jetzt hier. So ein ganz normales Auto hier, ganz am Start. Du kannst dir mal ganz kurz zugucken, wie ich jetzt hier mit diesem Ding hoffentlich über dieses ganz große Wasser rüberkomme. Jetzt direkt wieder runter. Nein. Guck mal, hast du ein Auto rübergenommen hast? Na klar. Ja, so ein richtiges kleines Billo-Auto. Ich weiß. Ja. Ah. Ey. Das hat ja auch gar keinen Boost. Das hat ja auch gar keinen Boost. Ey, Mann. Naja, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier über das erste Ding rüberkommen und da warten dann wieder andere Fahrzeuge auf uns. Ich würde mal sagen, ich probiere es jetzt mal hier mit dem Ding. Mal gucken, ob man hier mit dem Zuccaro-Motorrad rüberkommt. Oh, du kannst es ja gleich mal mit dem Wagen hier probieren. Probierst du ja mit dem Ding? Ich weiß nicht, welcher auch so. Ich jetzt probiere gleich. Mach nochmal. Ah. Es hat auch gar keinen Boost. Aber ich könnte. Vielleicht Fliegtaktik? Oh ja, Fliegtaktik. Ich fliege auch gerade. Alter, du schaffst es. Komm schon. Sieh nach oben. Also. Komm schon. Oh nein. Oh nein. Es war so knapp. Okay, Fliegtaktik hat es auch gerade schon fast gebracht. Okay, bist du ready? Ja, ja. Zeig mal los jetzt hier, was du drauf hast. Das ist das geheime Auto, das es auch boosten kann. Und ich fahre auch schnell. Alter, du fährst echt extrem schnell. Aber. Alter, krass. Du fährst extrem schnell ins Wasser, mein Freund. Also das war auf jeden Fall nichts für dich. Ich sehe gerade, die haben hier sogar, glaube ich, dieses Boost-Motorrad am Start mit diesen Flügeln. Also ich kann theoretisch jetzt einfach rüberfliegen. Mal gucken, ob das jetzt hier klappen wird. Ja, wenn du damit nicht rüberkommst. Okay, warte. Backflip und fliegen. Okay. Ich glaube, du kannst doch einmal boosten, oder? Nee, nee. Ich kann nicht mehr boosten. Das wird knapp. Es wird... Oh ja. Jawohl. Okay, jetzt bist du auch noch rüberkommen mit dem Badmobil. Mal gucken, ob du das schaffst. Boah, das wäre krass. Ich gebe Gas. Dann zeigen wir, was du drauf hast mit dem Badmobil. Alter, bin ich nicht mal ansatzweise nachher rangeflogen. Zack. Das heißt, der allererste Punkt geht an mich, Leute. Das heißt, ihr darfst hier auch auf jeden Fall nach oben kommen. 1-0 steht schon mal für mich jetzt hier. Und wir haben hier auf jeden Fall noch... Ui. Ich sehe es gerade. Ganz, ganz viele coole Fahrzeuge am Start. Wir haben hier irgendwie so einen fetten Truck. Dann haben wir hier so einen Dune-Buggy, eine Limousine. Und wir müssen jetzt hier über so ein Hindernis rüberkommen. Ich glaube, dafür ist am besten so ein Cross-Motorrad geeignet. Ja, ich werde mal ausprobieren. Mal gucken, was mit so einem Cross-Motorrad geht. Niemals. Zieh nach hinten. Oh Gott, ich wurde so getroffen. Als ob du es First-Try geschafft hast. First-Try geschafft, mein Freund. Jetzt erzähl ich mal, mit welchem Fahrzeug du es schaffen kannst. Dann nehme ich das Tron-Bike. Das Tron-Bike. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, ob du es mit dem Tron-Bike schaffen kannst. Okay, bist du ready? Das sieht auf jeden Fall echt schnell aus. Ja, ja, ich bin ready. Ja. Ganz entspannt, ganz entspannt nach hinten. Oh, ah, ah. Ich glaube, das hat nicht so sehr gut funktioniert. Ich glaube, das war ein Prank. Ah, 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 okay, also das war es schon mal nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Wir haben nämlich da hier nochmal richtig coole weitere Fahrzeuge am Start. Wir haben hier sogar, was denn das? Einfach so ein Boot-Auto. Bootsmobil. Ich steige mal ein jetzt hier in das Denken. Aber was denn die Aufgabe jetzt? Oh mein Gott, was ist das denn? Über dieses, oh, oh, ah, nein, mein schönes Boots-Auto, hä? Ach, verdammt. Okay, warte, ich komme ganz kurz wieder nach oben. Wir müssen jetzt hier nämlich probieren, da rüber zu kommen. Aber hier haben wir einfach eine entspannte Strecke. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein Random-V-Ike-Bette. Deswegen spawnen hier mal ein Random-V-Ike rein. Okay, okay. Ich mache jetzt auch. Und, oh, ich habe auf jeden Fall echt extrem Glück gehabt. Ich habe hier, oh, du aber auch, ne? Ist, glaube ich, ne, oh Gott, der ist langsam. Also, ich habe hier einen fetten McLaren. Ich sage es dir, der ist schnell. Ich bin... Oh, der fährt so ein Spoiler aus. Äh! Oh, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, ich habe es erst geschafft. Es gibt mehrere Etappen. Alter, nein, sage ich jetzt. Oh mein Gott. Ich liege jetzt hier gerade auf den Kopf. Ich muss hier ganz kurz mal rausgehen aus dem Denken. Ist das ein McLaren oder ein McCop? Ich glaube, es ist ein McCop. Okay, komm, nochmal, Renny Wekel. Ich habe es mir runtergefallen. Oh nein. Nein, ich habe so ein absolut langsames Fahrzeug. Also echt, das darf nicht wahr sein. Ah! Oh! Okay, ich probiere jetzt mal mit einem Fahrzeug, was wir hier oben haben. Okay, was kriegst du? Ich habe mich nochmal für einen Renny Wekel entschieden. Und was ist das? Was ist denn das? Ein BMW. Okay, ich nehme jetzt hier, ich würde sagen, Motorrad. Alter, das sieht krass aus, das Ding. Dann gib mal Gas damit. Kann ich fliegen? Nee, leider nicht. Jo! Was? Jo! Alter, nein! Hast du es geschafft? Ich bin rüber geflogen. Ja! Oh nein, warte. Es gibt mehrere Etappen. Verdammt. Nein! Was? Es gibt einfach mehrere von denen. Ey, das ist ja unglaublich. Okay, da sind wir sogar schon eindringt davor. Dann machen wir hier nochmal Renny Wekel und hoffen, dass wir jetzt hier... Was Gutes bekommen. Ich habe hier so einen kleinen, so einen absolut kleinen Dingens, kleinen Shrug. Jein! Ey, warte. Das zählt nicht. Dass er es jetzt nicht geschafft hat. Das ist ja unglaublich. So, warte. Ich gehe nochmal hier nach oben. Du hast auch... Alter. Ein krasses Ding am Start. Da kann ich nichts mehr, ne? Ey, sag mal. Das ist ja unglaublich, das Ding. Das schafft es einfach nicht. Hast du es nicht geschafft? Oh, ich schaffe es gerade so. Oh mein Gott. Und du bist einfach... Oh nein. Oh nein. Ja! Ich habe es auch mal geschafft jetzt hier. Auch mal jetzt nach drei. Oh mein Gott. Ich habe es eventuell kaputt gemacht. Ich glaube, du bist ein bisschen draufgegangen. Okay, ich fahre jetzt mal hier. Hey! Bist du als Vogel respawned? Alfredo? Alfredo? Was sagt Alfredo? Ich bin enttäuscht von dir, Alfredo. Liken und abonnieren. Ah, Leute. Okay, ihr habt Alfredo gehört. Na, ihr wisst, was zu tun ist. Dann nehme ich mal jetzt hier so ein Dingfahrzeug. Mal gucken, ob das jetzt ein gutes ist oder ein schlechtes. Und dann gebe ich damit jetzt mal hier ein bisschen... Oh, Alter. Das wird schon... Oh nein! Ich habe Alfredo gestriffen. Okay, komm. Jetzt fahre ich jetzt mal hier. Oh Gott. Kann ich da durch... Oh ja! Oh, was? Okay, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Power. Da wäre, glaube ich, das andere Fahrzeug besser gewesen mit der fetten Schaufel vorne. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich glaube, ich brauche das Ding mit der fetten Schaufel. Das heißt, ich fahre nochmal ganz so nach unten. Und schnappe mir hier das fette Ding, Mökan. Ich bin mit diesem Rumpo. Aber der ist auf dem Kopf. Der Rumpo? Oh ja, ich glaube, der... Den zu nehmen wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. So, hier. Ich mache ein Random Vehicle. Komm. Okay, dann zeig mal ein Random Vehicle. Ich gehe auf Random. Oh. Oh. Es ist das Bootsauto. Oh, ich gebe jetzt hier schon mal Vollgas. Und... Oh. Nein. Ich passe hier gar nicht rein mit dem Ding. Ich habe gescheatet. Was? Ähm, nein. Oh mein. Es geht? Ich passe gar nicht rein. Ich kann hier weiter. Ich probiere jetzt mal hier ganz was mit diesem Motorrad. Das sieht auf jeden Fall wieder gut aus. Das ist von eben. Wow. Okay. Okay. Oh nein, da sind ein paar Bälle. Da sind ein paar Bälle. Oh, oh. Oh, 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 oh. Und zack, der Boost geht hier. Alter. Aber war das jetzt geschummelt? Das war nicht geschummelt. Das war das Dingens. Das war das Motorrad. Oh, 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 und jawohl. Ich bin schon ordentlich weiter gekommen, ne? Das heißt, hier kann ich jetzt, glaube ich, mit den nächsten Fahrzeugen weitergehen und gucken. Das sind aber richtige... Ich wäre dafür, dass wir ein random machen, weil guck mal, das sieht nicht so schwer aus. Ja, okay, komm, wir machen... Guck dir das an, das sieht nicht schwer aus. Wir machen random wie ich gewette. Dann, let's go. Ui. Was ist denn das für ein halbes Ding? Ich habe ein halbes Auto bekommen. Ich sehe es. Okay, warte. Also echt. Da muss man richtig Geschwindigkeit haben. Okay. Das würde irgendwie mit dem Ding nicht funktionieren. Da hat man oben... Alter, das ist ja gefühlt gleich hoch. Ah, perfekt. Okay. Ey, ist das schwer. Okay, ich glaube, man braucht ja eins mit Boost. Aber keins davon hier, von den Fahrzeugen, die hier sind, hat, glaube ich, einen Boost oder so. Kann das angehen? Vielleicht irgendein geheimes Fahrzeug? Komm, random vehicle. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Glück. Bisschen Glück. Ich glaube, das ist nicht besonders viel Glück mit dem Ding jetzt hier. Ich kann es trotzdem mal probieren. Aber ich glaube, das wird... Ah. Ich habe ein gutes Auto. Ich habe ein gutes... Oh, ehrlich? Ja. Was hast du? Iron Man. Nein. Ich habe das Iron Man-Fahrzeug. Yo. Ich mache mich ganz kurz. Guck mal, man braucht auch in der Ruhe liegt die Macht. Okay. Und let's go. Alter, was? Alter, nein. Bro, wir... Okay, wir brauchen irgendwas geisteskrankes. Okay, wir brauchen irgendein krasses Boost-Ding. Deswegen würde ich einfach sagen, ich nehme mal das Motorrad. Und mit diesem Ding kann man jetzt hier ganz entspannt... Oh. Oh, ohne Boost sogar. Du musst aber schweben. Okay, gerade so geschafft. Oh mein Gott. Wir sollen es anscheinend ganz nach oben schaffen. Siehst du das, wie hoch das ist? Was? Das sieht extrem hoch aus. Ich probiere das mal ganz bisschen mit dem Ding. Das ist so ein Tuning-Teil. Du kannst ein Motorrad nehmen oder so. Nicht nur ein Motorrad, ja. Oh, ich werde es mal hier probieren. Oh, ich bin hier auf Glas. Das geht alles kaputt. Hey, nein. Aua, 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 aua. Okay, das war gar nicht gut. Leider hast du gefühlt die Hälfte des Glas ist hier gerade kaputt gegangen. Kann man ja fast gar nicht mehr rauf. Okay, ich probiere es jetzt auch mal mit dem Motorrad, weil die sind ein bisschen leichter. Okay, wenn du mich das Glas noch da auf, vorsichtig, ne? Ja, du musst vorsichtig sein. Oh, du machst gerade wieder ein Glas kaputt. Oh, 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 oh mein Gott. Ich habe es gerade so geschafft. Ich habe es auch gerade so geschafft. Alter, das war richtig knapp. Okay, hier haben wir jetzt... Hier ist sogar schon die Ziellinie. Jetzt musst du halt gucken, dass wir es irgendwie bis nach ganz oben schaffen. Aber ich glaube, das wird mit den normalen Fahrzeugen ein bisschen schwierig werden. Wir können es mal probieren. Mit dem Rocket Voltic. Oh. Als ob. Oh, oh nein. Und jetzt? Oh nein. Wow. Nein. Okay, das war... Das ist leider in die Hose gegangen. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Scramjet da hoch zu kommen. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee, wie man das... Der kann nach oben springen. Oh mein Gott, das war jetzt echt nicht so schlau. Oh, 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 oh. Okay, das war mit dem auch nicht so schlau. Also, ich glaube, hier oben ans Ziel zu kommen, Leute, wird, glaube ich, unmöglich werden mit den Fahrzeugen. Oben ist sogar noch so ein kleines Zielliniending. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier mal kurz durch. Ey, jetzt Ziel. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt hier sogar meine Banane am Start. Und wir können jetzt hier mit dieser Banane zum Beispiel jetzt auch hier erstmal auf Sonic schießen. Und wow. Wow, 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 wow. Was? Ich habe... Äh, warte mal. Ich habe jetzt eins, zwei... Äh, ja, Freunde. Übrigens, das sind alles ganz entspannt, Leute. Ich kann die auch alle wieder überleben. Also, kein Problem. Hier ist auf jeden Fall kein Sonic, der irgendwie... Oder irgendein Sonic hier, der dann hier irgendwie, ja... Mit dem was Schlimmes passiert. Deswegen, die werden auf jeden Fall alle wiederbelebt, Leute. Deswegen, die können auch gerne nach Hause gehen. Deswegen, haut da rein, Sonics. Wir haben auf jeden Fall hier richtig, richtig viele verschiedene Waffen am Start. Na, die wir benutzen können heute. Von Shotguns, MPs, Sniper, Miniguns, Raketenwerfer und auch viele, viele mehr, Leute. Deswegen, heute werden auf jeden Fall echt richtig, richtig krasse Experimente gemacht. Deswegen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt, Freunde. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob ich jetzt hier mit einer anderen Waffe jetzt hier mal ganz kurz schießen kann. So, wir haben uns schon mal ein paar Sonics erledigt. Es waren ja gerade schon zwei Stück, die gegangen sind. Ich würde mal sagen, ich mache mal vorne weiter mit Eggman. Und ich will mal wissen, wenn ich eine ganz normale Pistole benutze, ob ich denn vielleicht mit dem ein paar mehr Schüsse, beziehungsweise ein paar mehr Treffer setzen kann. So, jetzt, pass auf, ich ziehe jetzt auf den Kopf, Leute. Und jetzt geht's los und BOOM! Huh? Die haben alle nur mit der Wimper gezuckt. Was ist denn das? Okay, warte, dann nochmal. Boom! Oh Gott. Okay, ich glaube, gut, den Eggman, den hat's erledigt. Aber nur einen mit der Kugel, Leute. Das ist auf jeden Fall echt ein bisschen wenig. Das gucken mich eigentlich hier die ganze Zeit diese Metallnackels an, Freunde. Oh mein Gott. Was, die Kugeln von dem prallen ab? Ah, okay, Leute. Je weiter wir kommen, desto bessere Munition kriegen wir quasi. Das heißt, den können wir dann wahrscheinlich erst später im Video abschießen. Und ich bin auch sehr gespannt hinten auf diesen mega großen Shredder. Ich meine, guckt's euch doch mal an, wie krass das aussieht und wie tief's da reingeht. So, Shadow. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, ich schnapp mir jetzt mal hier eine richtig coole Waffe. Und zwar nehme ich jetzt hier mal... Was nehme ich mir denn mal? Ich glaube, ich nehme mal hier die Sniper. So, Freunde. Ha, 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 ha. Okay, Shadow. Ich weiß noch nicht, wie viele Kugeln du aushältst. Aber wir werden das Ganze jetzt herausfinden. Und zwar in 3, 2, 1 und boom. Oh. Ähm, okay, damit habe ich nicht gerechnet, Freunde. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Shadows mit einer Kugel, Leute. Was? Okay, das ist auf jeden Fall echt krass. Ich glaube, die anderen, äh... Gut, die kann man dann wahrscheinlich relativ leicht holen, Leute. Ja, out the rein, Shadows. Also... Oh, warte. Oder überlebt der? Nee, nee. Oh, doch, der eine hat überlebt. Okay, der kann gerne stehen bleiben, Freunde. Wenn der auf jeden Fall gerne da bleiben möchte, kann er auf jeden Fall gerne da bleiben. Gucken wir doch einmal ganz kurz, wie das Ganze aussieht bei Vektor, dem Krokodil. Deswegen habe ich jetzt direkt schon wieder meine krasse Sniper am Start, Freunde. Und bleibt dran. Ich werde auf jeden Fall nachher richtig, richtig krasse Sachen benutzen, wie zum Beispiel exklusive Tanks. Gucken, wie viele auf einmal sein werden, Leute. Okay, jetzt pass auf, jetzt habe ich hier meinen Sniper am Start, Leute. Und wir schließen direkt mal auf Vektor. Und zack. Was? Als ob ich nur einen Schuss... Hat Vektor so einen dicken Krokodil-Schädel, Freunde? Okay, warte. Ich ziehe mal ein bisschen weiter runter auf seine Schnauze jetzt. Boom. Oh. Nee, okay. Er wurde nur berührt von dem. Ich gucke mal, ob ich jetzt ein bisschen auf die Brust schieße, Leute. Bam. Was? Das prallt einfach ab. Oha. Das heißt, Vektor kann man wirklich nur... Hallo, warum stößt du wieder auf? Also, ihn kann man anscheinend wirklich nur einen Schuss mit der Sniper... Ey, wer ist wirklich hier? Nuckles gucken uns die ganze Zeit an, ne? Also, wirklich nur einen Schuss mit der Sniper machen. Aber mal gucken, wie das Ganze aussieht mit den Siren Head Sonics, Leute. Ui, 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 ui. Und jetzt kommen wir gleich schon mal direkt zu den heftigeren Waffen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die Sniper, Leute. Ohne Scope, beziehungsweise halt schon mit Scope, aber pass auf. Wir würden mal sagen, Leute, wir schießen uns hier auf Siren Head Sonic und Boom. Oh mein Gott. Hä, der hat hinten einen erwischt, ne? Oha, warte mal, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und hier hinten einfach so dazwischen zehn, Leute. Zehn mit einer Kugel. Okay, das ist auf jeden Fall echt richtig, das hätte ich auf jeden Fall jetzt gerade nicht gedacht, Leute. Das wäre gerade einfach wirklich zehn. Warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz, wenn wir es nochmal machen. Kann ich nochmal so viele abschießen? So, genau in die Mitte gehen und Boom. Okay, das waren diesmal aber, glaube ich, nicht so viele, ne? Also, ne, auf gar keinen Fall. Also, vielleicht, ich gehe nochmal ein bisschen näher ran jetzt hier, Leute. So, und nochmal raufschießen. Oha, und es hat schon wieder nur einer überlebt, Leute. Also, anscheinend wollen die ja irgendwie alle einmal überleben, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wir probieren natürlich noch mit dem Auto aus, Freunde. Denn wir haben hier vorne ja noch ein paar Sonics über, Leute. Beziehungsweise auch Vector und alle anderen. Und wir gucken nochmal, wie das ist, wenn wir jetzt mal mit dem Auto reinfahren. Boah, okay, warte mal. Wie viel haben wir jetzt hier gerade mit Auto bekommen? Ähm, eins. Oh, warte mal. Die stehen alle wieder auf, ne? Okay, warte, ich muss nochmal ganz kurz ein bisschen mehr Geschwindigkeit holen. Ah, Metallnackels. Da guckst du dich die ganze Zeit an und denkst dir, was machst du denn da? Okay, Leute, ein bisschen mehr Geschwindigkeit jetzt hier mit dem Bugatti. Oh, ja. Oh mein Gott, man kann wirklich alle erwischt, ne? Aber die, äh, stehen trotzdem alle wieder auf. Okay, warte mal. Dann habe ich auf jeden Fall eine Idee, was ich mit denen machen kann, Freunde. So, kurz die Granate nehmen. Und zack. Okay. Oh mein Gott, Leute, die werden, glaube ich... Wow. Alter. Nein, da ist gerade ein Sonic zum Knuckle hingeflogen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier... Oh Gott, ein paar Tails sind auch weggeflogen, Leute. Ja, ein paar Sonics. Keine Sorge, Freunde. Die werden auf jeden Fall alle am Ende wiederbelebt. Deswegen macht euch da keinen Kopf drüber. Ich will jetzt mal krass jetzt gucken. Wir hatten ja mit der Bananenpistole eben, glaube ich... Wie viele hatten wir, glaube ich, drei Sonics? Ich gucke mal ganz kurz in First Person. So, ich gehe jetzt hier... Bananenpistole. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, jetzt hier, Leute. Und... Zack. Oh mein Gott. Oh mein... Was? Richtig hat Domino-Effekt, hä? Warte mal. Wir haben jetzt mit einem Schuss... Eins, zwei... Drei... Vier Knuckles ausgelöscht, Leute. Aber auch richtig so in einer komischen Reihenfolge, ne? Ich meine, warum geht der Schuss dann durch welche durch? Und durch manche nicht? Ist schon ein bisschen komisch, Leute, muss ich sagen. Aber ich gucke mal ganz kurz hier... Guck mal auf die... Ah. Okay, manche... Oh Gott. Okay, manche Schüsse gehen einfach durch. Ja. Okay, noch ein paar stehen. Ähm... Alter, der ist hier richtig unsterblich, oder was, Leute? Hallo? Okay, der ist doch nicht unsterblich. Tja, und den können wir auch noch holen, Leute. Okay, sind auf jeden Fall schon mal richtig viele draufgegangen. Oh, Leute, ich habe schon richtig Bock auf diesen Shredder, ne? Wenn ihr auch Bock auf den Shredder habt, dann lasst ihr auf jeden Fall jetzt gerne mal ein Like da, Leute. So, und jetzt hauen wir auf jeden Fall mal richtig rein. Und zwar habe ich jetzt hier mal ganz kurz die Railgun-Freunde. Und wir haben jetzt hier gerade diesen Super-Sire-Gin-Sonic, ne? Also der, der halt richtig krass ist. Das ist ja Excalibur-Sonic. Und jetzt können wir mal ganz kurz reinschießen. Und zwar brauche ich jetzt eure Hilfe, Leute. Und zwar, auf drei, alle auf den Abo-Button drücken. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Warum hat denn der Vorder überlebt, Leute? Hä? Und warum stehen die wieder auf? Ich habe mit einer Ray... Obwohl nicht alle stehen auf. Ich habe mit einer Raygun geschossen. Also mit der Raygun. Ihr macht eins, zwei, drei... Sind das vier, ja? Fünf, sechs, sieben, Freunde. Also sieben. Äh, der steht da natürlich vorne. Okay, dann ist auf jeden Fall der Anführer jetzt hier. Und, äh, bam. Bam. Wow. Die Eggmans haben ja auch schon Angst ein bisschen, ne? Leute, die haben auf jeden Fall auch schon. Warte mal. Bam. Und... Bam. 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 Und bam. Okay, also ich glaube, diese ganzen Excalibur-Sonics haben auf jeden Fall nicht überlebt. Und die Eggmans sind jetzt echt alle ein bisschen verteilt. Dass ich da mal ganz kurz mal was machen muss, Freunde. Hup. Wow. Oh. Auch die Vectors, wie die wegfliegen. Oh, warte. Boom. Okay, warte mal. Jetzt habe ich gerade ein bisschen zu viel Spaß, Freunde. Haha. Guck mal, wie hoch der fliegt. Okay. Also Tails auch alle. Tut mir leid. Äh, dass ihr euch alle gerade in die Luft gesprengt habt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Level-2-Experiment. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Shadows, Freunde. Gegen ganz, ganz, ganz viele Sonics. Und wir werden jetzt herausfinden, wer ist stärker. Und zwar Shadow oder Sonic. Denn wir werden jetzt hier gleich mal mit einer Granate, Freunde, reinwerfen. Und schauen, welche, äh, Truppe quasi mehr überleben hat. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz kurz und fangen wir schon mal an, die Granate reinzuwerfen bei den Shadows. Und ich glaube, viele werden natürlich jetzt ausreichen. Oh mein Gott. Okay, es sind auf jeden Fall ordentlich welche draufgegangen. Ich kann's... Ah, es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei, okay. Mal gucken, wie viele da jetzt überleben. Äh, was? Oh mein Gott. Es überlebt einfach gar keiner. Okay, also es hat, äh, gar keiner überlebt. Mal gucken, wie es aussieht bei den Sonics. Ob Sonic vielleicht stärker ist. So jetzt hier Granate rein. Und mal gucken. Oh, oh, oh. Es waren welche schlau, die sind ausgewichen, Leute. Und wir sehen jetzt gerade, man kann sehen, der wird, glaube ich, überlebt haben. Die haben überlebt. Die sind auch weggeflogen. Ja, es sind trotzdem halt auch viele, die dann genauso wie Shadows enden. Aber man kann sehen, es haben viel, viel mehr Sonics überlebt, Leute, als Shadows. Was auf jeden Fall echt richtig, richtig, äh, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt gehen wir natürlich eine Stufe weiter, Freunde. Team Sonic ist auf jeden Fall weitergekommen. Hat gegen Team Shadow gewonnen. Jetzt muss Team Tails, äh, Beweis, äh, stellen quasi. Aber wir haben es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, Leute. Denn wir haben jetzt hier nämlich eine richtig fette, so, Explosion, die halt passieren kann. Deswegen, wir fangen jetzt erstmal an bei Team Tails. Links sind 50, rechts sind 50. Deswegen alles fair, Leute. Und jetzt geht's los mit dem Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall, oh, mal gucken, wie viele Tails überleben werden, Freunde. Es sieht auf jeden Fall, äh, das war echt eine dicke Explosion, Freunde. Mal gucken, was passiert, wenn wir später 50 oder so davon nehmen. Oder was passiert, wenn die hinten im Shredder da enden oder so, Leute? Okay, mal gucken. Tails hat auf jeden Fall, oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall gleich mal zählen. Das hört immer noch nicht auf, Leute. Nein, oder? Leute, Tails hat keine Überlebenden. Okay, also Team Tails. Komm, ausgestaltet. Team Sonic muss jetzt einfach nur schaffen, dass die quasi alle überleben, Freunde. Und boom. Oh mein Gott. Okay, das war auf jeden Fall jetzt richtig stabil. Aber als ob, Freunde. Hä? Okay, es fallen noch ein paar Sonics um, aber es sind schon wieder viel, viel mehr Sonics am Leben. Guck mal, der steht auch total heftig da, Leute. Das heißt, Team Sonic hat jetzt schon wieder deutlich gerade gegen Team Tails gewonnen. Und ich glaube, man könnte gleich mal heftige Geschosse auffahren gegen Team Vector. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit für Team Sonic gegen Team Vector. Aber diesmal nicht mit einem Gastank, Freunde. Sondern mit 10 Gastanks auf jeder Seite, Leute. Wir haben auf jeder Seite 50 verschiedene Personen. Und ich bin echt gespannt, Leute. Ich würde sagen, ich mache es sogar noch ein bisschen heftiger. Und zwar werfe ich da jetzt gleich eine Ding ins Reihen, Leute. Und zwar eine Granate. So, hier ist die Granate, Freunde. Und dann müsst ihr mir jetzt wieder helfen, Leute. Dann denkt dran, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Denkt dran, wir sind gleich hinten bei dem heftigen Shredder. Das wollt ihr nicht verpassen. Okay, ich würde sagen, Leute, ich werfe die Granate los. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind alle verteilt. Okay, die Granate, die vielleicht ein bisschen besser werfen können. Aber um ganz kurz mal zu zeigen. Gut, einer ist schon draufgegangen. So sieht das Ganze aus. Die sind einfach alle außen verteilt, Leute. Ich muss jetzt nur ein bisschen die Granate besser zielen. Das heißt, ich werfe die mal ganz auf den Boden. Und dann sollt ihr da hinrollen. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, hat überhaupt irgendein Sonic überlebt, Leute? Nee, also selbst hier hinten, der ist fast bis zu Team Vector geflogen. Also hier ist auf jeden Fall kein Sonic am Leben. Jetzt muss auf jeden Fall Team Vector nur noch überleben, um das ganze Battle nach Hause zu nehmen. Die Granate ist an meiner Hand, Freunde. Und Abfahrt. Und oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gestalt. Da ist er wie ein Regen jetzt hier, Freunde. Das wäre ja übertrieben krass. Nein. Ein Vector. Nein. Zwei Vectoren überlebt. Als ob. Die haben echt überlebt, Leute. Oder? Oh Gott, die Armen. Was passiert bei denen gerade noch? Okay, warte mal. Oh mein Gott. Drei. Es haben drei Vector überlebt, Leute. Damit ist auf jeden Fall der Punkt an Team Vector, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei dem Shredder. Wir haben hier jetzt sechs Vector am Start. Und die Frage ist jetzt natürlich, können die hier diesen krassen Shredder überleben, Freunde? Ich würde mal sagen, ich steige jetzt hier ein in meinen Bagger und schaue, ob sie das Ganze überleben können, Freunde. Und dann werde ich die auf jeden Fall nochmal in die Autos und sowas tun, Leute. Und dann, ey. Die werden auf jeden Fall richtig, richtig drauf gehen. So, jetzt haben wir hier den Bagger am Start, Leute. Und es geht los, dass wir hier die ersten Vector reinmachen. Zack. Okay, die ersten Vector. Oh ja, die rutschen rein. Und mal gucken, ob die... Wow. Wow. Okay, warte mal. Der fliegt doch, glaube ich, schon... Oh, die sind, glaube ich, unten. Okay, warte. Ich warte mal ganz kurz die restlichen beiden rein. Beziehungsweise die restlichen vier. Und dann gucken wir mal, ob die unten lebend stehen. Oder ob sie nichts mehr so Bock haben. So, ganz kurz rein mit euch. Wow. Was ist mit dem passiert? Und dann noch einmal ganz kurz hier, ne? So, Vector. Schön rein da. Okay. Und mal gucken. Ich steige aus, Freunde. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, sind die noch? Okay. Einer ist da sogar noch. Oh, Vector, der kämpft. Äh, aber ich glaube, die anderen müssten jetzt hier unten drin sein. Äh, hallo? Also, irgendwie sind die meisten Vector einfach verschwunden. Ich sehe hier einen. Aber hier unten ist keiner gelandet. Und draußen ist auch keiner, Freunde. Oh, hier. Ah, okay. Aber ich glaube, die ganzen Vector haben das Ganze nicht überlebt. Ah, ha, 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 ha. Dafür bin ich jetzt aber selber Vector, Freunde. Und fahre jetzt hier schön rein, Leute. In diesen krassen Shredder. So, und ich werde auf jeden Fall mal kurz gucken, wie es so ist, wenn man da selber reinfährt. Oh Gott. Ähm. Ja, gut. Wir waren jetzt auch nicht wirklich lange drin. Ähm. Ja. Und dann bereiten wir mal ganz, ganz viele Sonics hier rein, Freunde. Und ganz, ganz viele Vector-Dinger. Oh mein Gott. Die werden doch locker gleich alle jetzt hier zerhauen, Freunde. Ich gucke mal, wie viele ich jetzt hier gleich reinbringen kann. Und dann lasse ich gleich hier eine richtig, richtig krasse Sache fallen. So, hier nochmal ganz ein paar Sonics. So, Leute. Alles rein. Alles rein, was rein muss. Bananenfresser. Oh mein Gott, Leute. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was hier drin. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir da jetzt was reinwerfen, Leute. Oh mein Gott. Mal gucken, ob wir da vielleicht mal ein Spiel zum Crashen bekommen. So. Ich fahre ganz kurz nach vorne. Alla. Achtung. Vector. So, Freunde. Okay. Und jetzt komme ich mit den ultimativen... Äh. Hey. Na. Aua. Aua, aua, aua. Nein, das wollte ich gar nicht. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin mit allen gefangen. Oh, das fühlt sich auf jeden Fall gar nicht cool hier drin an, muss ich sagen. Ähm. Ich befreibe euch mal ganz kurz von eurem Leid. Ja. Ich werbe jetzt hier nämlich ganz viele Haftbomben rein, Leute. So. Haftbombe. Haftbombe. So. Alle rein, ihr Freunde. Alle Haftbomben rein. Und jetzt die ultimative Explosion. Uuuuhm. Oh mein Gott. Ey. Weg doch. Oh. Okay. Ähm. Ich glaube, die meisten... Ja. Haben es nicht geschafft, Freunde. Äh. Ich würde sagen, das soll so auf jeden Fall von unserem richtig coolen Experiment gewesen sein. Wenn ihr noch mehr von solchen Experiments sehen wollt, wie wir zum Beispiel mit anderen Monstern machen, wie zum Beispiel Hagiwagi oder noch viele, viele andere, dann lasst mich gerne wissen. Mit einem Like und Abo, Freunde. Checkt ihr bei mir das aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.